Seit 25 Jahren sammelt Michael Hohler Daten und Proben von Pflanzen. Der Obernberger ist Botaniker und Buchautor. Über 2200 Arten aus dem Innviertel hat er in einem Buch veröffentlicht, das er beim Ranzhofener Unternehmen AMAG präsentiert. Und er zeigt auf, jede zweite Pflanzenart dort ist gefährdet. Das ist ja alles wie eine Bilanz. Das ist aufgenommen worden. Das ist Stand heute, beziehungsweise verglichen mit dem 19. Jahrhundert. Und irgendwann einmal in 50 Jahren oder in 100 Jahren kann man dann viel, viel besser schauen, wie hat sich das Ganze entwickelt. Die Artenvielfalt in Oberösterreich sinkt. Der Grund dafür, Eingriffe in die Natur durch den Mensch. Gewerbe, Verkehr und Bodenversiegelung setzen der Umwelt zu. Die Resten, wo Natur Natur sein kann, die werden immer geringer. Und da schauen die in unserer Abteilung drauf, dass man diese Flecken, wo hohe Artenvielfalt ist, einfach nur bewahrt. Wie etwa beim Aluminiumerzeuger und Recycler AMAG in Ranzhofen. In den letzten 14 Jahren hat sich hier der CO2-Ausstoß halbiert. Zum einen sind wir ein Industriebetrieb mit 130 Hektar circa Industriefläche. Genauso haben wir 180 Hektar Waldfläche. Ich glaube, da sieht man schon, dass sich das ganz gut ergänzt und dass man da richtig draufdrücken muss und dabei bleiben muss. Das andere Thema ist, dass wir ein Recyclingbetrieb sind. 75 bis 80 Prozent. Im Durchschnitt ist unser Recyclingansatz in jedem Produkt, das sein Standort hier verlässt. Bis 2050 möchten die Innviertler klimaneutral sein. Produzieren mit Wasserstoff statt Gas. Strom erzeugen mit Hilfe der Sonne. Und einen eigenen 180 Hektar großen Wald als CO2-Speicher gibt es bereits. Man sieht es eben, dass eben da auch natürlich im industriellen Sektor Bestrebungen da sind, dass man solche Tätigkeiten auch im Einklang mit der Natur durchführen kann. 35 verschiedene Baumarten befinden sich auf dem AMAG-Areal. Je mehr Baumarten wir im Wald haben, desto widerstandsfähiger ist dieser Wald. Wir sind nicht so angreifbar eben durch Schadensereignisse. Wenn wir in Zukunft wirklich überall einen Mischwald haben werden, dann ist der Wald insgesamt widerstandsfähiger. Wald, Wiesen und deren Pflanzen. Seit einem Vierteljahrhundert ist das Michael Hohlers Leidenschaft. Die AMAG unterstützt ihn dabei. Sein Buch geht unter anderem an alle Gemeinden und mittleren wie höheren Schulen im Innviertel, damit die grüne Welt erhalten bleibt.